Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram und in dieser Runde spiele ich Katharina auf der Midlane. Mit mir dabei ist wieder einmal der Flo und er spielt Wukong im Jungle. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Angst vor der Nidalee. Ach. Klar, die Flasche machst du doch alle. Nein, natürlich. Und die erschrickt sich über ihren Skin-Off. Na, Gott, das ist ein Scheiß, ey. So, ey, Mist. OMG. Oh, hier war er noch. Ich habe mich entschieden. Was, wo? Ah, der hat hier reingewordet, da wo du reingewordet bist. Ich glaube, er stand noch vor mir da, per noch eher. Oh, der Nasus covert auch schön deinen Red, äh, dein Blue, wie ich das sehe. Ja, wenn du pinkst, dann gepeilt hast. Wäre natürlich schön, wenn sie da jetzt schon alle im Gebüsch stehen, ne? Wäre natürlich auch schön, dass wenn die mal jetzt hier kommen, die Schwasten, eher. Kein zurück. Fängt schon gut an. Und ich sage mal, ich habe... Und ich sage mal, ich habe... Ja. Hier ist Platin. Inwaden jetzt hier nicht, ja. Ich glaube, das haben wir schon mal erwähnt, ne? Was? Dass die Platin ist. Naja. Ah, hier, da haben sie auch geworden. Was ist denn? Wenn er lustig war, ja. Jo, Kha'Zix kommt schon. Der ist unten bei dir. Hier ist Sion. Jo, die wollen in Waden. Boah, läuft gut, ne? Wir haben auch ihn umgenietet. Oh, nice. Boah. Ich flüchte. Oh, es macht die Esch. Komm, Esch-Slow-Mower ist hier. Jawohl. Kann sie nicht. Hat einen Dreifachschuss geskillt. Bekann sie doch. So, der O. Nein. Nicht auf Level 1. Hä? Ich habe hier... Der Wayne war auch hier. Oh, der war nochmal nice. Oh, war auf. Oh nein, Trash. So, ich bin schon mal zum Tower vorgepusht. Warum? Weil ich es kann. Ein Verbindeter wurde gegründet. Lug für Noxus. Hast du ja eingeholt. Ja, ja. Oh Gott, war nicht einen einzigen Farm, ey. Aber schon. Ja, ich bin schon. Na gut, ich hab das Jungler-Item schon weg ohne dass ich einen einzigen Jungle gemacht hab. Das ist auch nicht schlecht. Ich pushe hier die ganze Zeit ohne Ende. Wen hatten die noch mal Kha'Zix? Ah, wenn ich jetzt meine Ignite gehabt hätte, hätte ich sie gekriegt. Okay, ich hab schon wieder einen gekillt. Flo goes crazy. Ja man, was ist das los hier? Ich versteh's gar nicht. Das ist doch viele Treue. Okay, wollen wir jetzt mal einen Jungle machen vielleicht? In Level 4 hat man nämlich einen einzigen Jungle gemacht. Ja, das ist schon krass. Da müssen wir schon die gefallen müssen, muss ich sagen. Oh. Jetzt hat sie mal einen Sperr getroffen. Nur Narren zögern. Sagtest du nicht das Platin irgendwas? Hm. Na gut, das muss mir aber noch beweisen, ey. Genau. Auf war's. Das ist wirklich eine schöne Sache. Oh. So, wie ist das? Oh. 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 Oh, hinter dir ist Kha'Zix. NEIN! So, ich hab... Platini da leerlaut. Scheiße! Fuck. Ist alle beide draufgegangen? Ja. Tch. SS ist der doof oder was? Scheint so. Faszinierend. L6 der Kha'Zix, was zur Hölle ist da los? Dynami ist auch schon L6. Ja, ich auch. Nassos auch. Auf mal Level 5 eher. Na gut, für einen Jungler Level 6 ist es gut. Ja, der hat halt auch Brocklitz gemacht, der hat. Um überhaupt zu lehnen. Warum? Weil ich es kann. Oh, jetzt fängt Sion zu pushen. Ich weiß nicht, aber die Vayne ist noch Level 3. Ein Verbündeter wurde getrunken. Oh, Gott Lane. Oh, ich hab mich gerade über die Vayne gelacht. Ja, vor allem Dingens. Wie war das mit SS? Wie war das? Wie war das? Wie war das? Wie war das? So, naja. Bei mir läuft. also wir haben die nicht gekriegt er könnte ich gott schon bei sowas aber unabhängig rupen er kommt aus kasse nur noch mal buch er hat er sich voll vor stecken ja schon gesehen auch pass auf die niederlehe ist jetzt hier irgendwo ja ne ich laufe voll in der base zurück kein risiko ja also nur nur narren zögern pass aber auf oh ah hat's ja geflasht jo sehr nice ich habe mich entschieden genau schön last hitten wunderbest fasziniert auf hier unten war Dings ja ich hab ihn gesehen Nami ist das oh das ist Nami lol ich hab keine mana für die wild hier nur narren zögern du hast so erwischt ich lieg mich kaputt hm na los den stanzen oh so kann ich immer schnell weiter vpushen läuft bei euch geht ab und nidalee ist aber noch hier als ob ich es nicht geahnt habe er hier ist ein krassig habe ich dadurch gemacht gar nicht irritieren lassen ich habe mich jetzt mal hier den ersten schaden am tor machen so ich gehe erst mal back wird das will uns die eschkacke er was war da los ich habe gar nichts mitgekriegt mann ich will mit lachen was da so lustig also die es geht rein und ich hab das extra flash und meine e drauf gehauen das ist auch ja guck mal top lane alter was denn da los welch da jetzt gerne in die richtige richtung hier ich komme gar nicht zum jangeln ich bin hier nur bei mir war es aber noch nicht einmal doch aber nur zum zuschauen ich habe den linker der sperr daneben geht wo ich dann lastet profil ja ja das stimmt natürlich naja die letzte schildung schlecht ginken die niederlehrer ja ja brauchst du auch nicht unbedingt ich hab seit schon zweimal glaube ich drei mal sogar schon deswegen die hat eigentlich schon gar keine chance mehr dauer der lebt auch nicht mehr sehr lange ach du schande da haben wir da wieder franzosen ich werde bekloppt wenigstens sind es nicht die übelsten kacken hobs du kannst du mal mitte halten dann gehe ich mal bot ich wollte eigentlich jetzt jetzt kommt klar ich kann jetzt nicht mehr da ist egal ich gehe trotzdem wort jetzt vielleicht komme ich noch rechtzeitig aber das läuft schon gar nicht So, jetzt muss ich erst mal back. So, mach das. Das Spiel macht echt Leute. Ja, ziemlich ausgeglichen auch noch. Eigentlich sind wir total imber. Ich lass die Niederlehr jetzt nicht weggehen hier. Durch den Trauer. Wenn du auf der Lane wieder da bist, war sie noch nicht zurück. Taktik des Todes. Ey, geh lieber in den Jungle. Im Moment musst du da nichts aufhalten. Ich bin gleich wieder da. Du brauchst auch ein bisschen mehr Level. Neiße. Jawoll. Ach du hast du noch? Nice. Ich wollte gerade abstauben gehen. Du wolltest gerade KS machen. Ne, ne. KS würde ich nie machen. Ich hätte gewartet bis du tot bist und dann wäre ich eiskalt reingegangen. Ich wollte dich eigentlich noch anschreien. Schnell ran. Komm rein. Hilfe. Oh, leule. Der hat sich eigentlich ganz einfach verblättet. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja Na, das ist doch nice Ich geh jetzt mal oben ein bisschen gucken Vielleicht können wir ja noch mal einen dicken Sion abgreifen Ich glaub, der mag mich eh schon nicht mehr Oh, Rampen Ah, du würdest den KS machen, gell? Ne, ne, den wollte ich ihm lassen Ein Verbündeter wurde getötet Hab ja schließlich schon 5 Kills Ich auch Ja, da muss man, oder darf man nicht stehlen Warte mal, Flo Wow Ich hatte ja grad übelst zu tun So, na, die 15 Gold warte ich jetzt auch noch Ich habe einen Tower geholt und einen Kill Wer ist hier der Boss? Ich habe mich entschuldigt Die wissen glaub ich auch gar nicht mehr, dass ich da bin Haha, bin auch unterwegs Da auf der erste Auge Oh, der kam der gerade, der ist gerade an dir vorbeigelassen Ja, ich habe es gerade noch gesehen, aber zu spät leider Oh, da geht schon scharf Oh mein Gott, Thresh Oh, Le So, weiter geht's Trash, Trash Helm, Trash Ja, da kommt noch einer Ja, da kommt noch einer Ja 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 Zu viert gegen 5 R Und gewonnen Jo Nicht schlecht Oh nein, Nami ist top Oh Gott, na, es wird so One Hippen Gibt's du jetzt schon den Gegnern Tipps, oder was? Oh, Sion! Oh, Sion geht ab! Topflehen! Ach doch, da ist er! So, ich kann mir direkt das Masonja Stundenglas holen. Komm nach Oslo, es gibt alles! Oh, er wird's nicht schaffen! Was für ein Pop! Na aber... ...eigentlich gar nicht so schlecht sieht so aus. Boah! Was geht da oben bei euch? Ich bin nicht dabei, ich bin nicht dabei! Nein! Jetzt hab ich auch noch Legs! Wir haben sie fertig gemacht! Oh! Was denn jetzt? Wir haben keine Lust mehr! Oh mein Gott, ey! Schade! Schade! Es ging nichts mehr! Aber geil! Auch das war so ein schönes Spiel! Ja, und ich hoffe euch hat das Game auch ein wenig gefallen! Und wenn ja, schaut doch mal wieder rein! In diesem Sinne, bis bald! Euer Ramm! Euer Ramm! Ja!